Die Deutschen haben in der Nations League schon wieder nur unentschieden gespielt. Das ist unsere Ressource. Wir brauchen noch einer fürs Mittelfeld. Wie wär's mit dem Richter? Ich kann dem einen Versuch gestatten, aber Fußball ist nicht so meins. All die fressig, Mende, Marco. 185 StGB, die stellt eine Beleidigung dar. Sergio. Samol, sehr gut, wie in der alte Zeit. Aber wie geht's deine Knie? Ist sie wieder besser? Klar. Was ist passiert? Gott sei Dank geht's dir gut, du Armi Sau hast den Ball an der Kopf getrunken. Schnelle weg, Sergio.